Hallo zusammen, mein Name ist Lynn Geiger, das ist Eliana Rodriguez und wir beide sind momentan in der Ausbildung als Fachfrau Hauswirtschaft hier im Spital Thun. Wir werden dir jetzt einen kleinen Einblick in unseren Alltag zeigen. In unserer Ausbildung arbeiten wir in vier verschiedenen Bereichen. Dazu gehören die Küche, der Service, die Wäscherei und die Reinigung. Aber auch die Administration, die Pflege, die Technik und die Logistik gehören zu unserem Beruf. Hier gibt es immer noch mehr aufs Kleider zum Flicken, Neien. So können wir defekte Wäschestücke verwenden. Ein weiterer Teil der Ausbildung ist Reinigung. Wir reinigen Patientenzimmer, Büro sowie Operationssäle. Als Fachfrau Hauswirtschaft lernen wir in der Küche nicht nur, wie man Menüs zubereitet, sondern auch vieles über die verschiedenen Inhaltsstoffe von Lebensmitteln. Zusätzlich darf ich mir eine kreative Adere hier frei auflassen. Im Bereich Service lehre ich alles, was es über einen guten Kundenkontakt zu wissen gibt und alles über die verschiedenen Servicearten. Hier im Personalrestaurant darf ich selbstständig die Getränkenschaft auffüllen und so herstellen, wie ich es gelernt habe und schön empfinde. Eine Person, die hier neu anfängt, erwartet viele neue Freundschaften, ein grosses Fachwissen und eine abwechslungsreiche Lehre. Das war unser Alltag. Wir hoffen, wir haben dieses Interesse wecken können und wenn ja, dann bewirkt dich doch jetzt gleich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017